Hallo und herzlich Willkommen zu unserem COD Zombies Spielen Und wir starten gleich mal wieder das Game Und diesmal schaffen wir es hoffentlich 7 Runden Nein, ich will hoffentlich 20 sitzen wollen Warte auf Verbindung, 3, 4, 5 Warte auf andere Spieler So, wart bevor du ihn zum Schießt Steh dir perfekt hier und mach ein knife Ich sollte mich mit der Funktionsweise des Beleuchtungssystems vertrauen Das tut dir doch schon weh, aber ich kann mich nicht bewegen, so alles ok Du kannst alle nerfen, das ist so gescheitert Jetzt bin ich die Frau, oder? Ähm, bist du? Nein, du bist einmal mit Glotzen Naja, voll voll ganz Passend Mausfrisur Nein, Mausfrisur nicht ganz Der hat noch oben Haar Wenn auch nicht mehr viel Das hat wieder schlecht keiner verstanden, das ist das Problem Wursch Jetzt wissen Sie mich, wie der ausschaut Nein, überhaupt nicht, der schaut nämlich nicht so aus Die schaut halt nie aus, ich frag Ja Etwas länglichere Haare, eine Brille Weißer Dings? Hm Weiß? Bin ich so weiß ausgesungen? Ja Dann bin ich wahrscheinlich der, den was du vorher warst Wahrscheinlich Bei dem Waddle 2 ist ein Deutscher, ein Japaner, ein Amalkaner und ein Russer Heute fahren, zweitmögliche Zeit Da Hast du schon den Ere Waffen gearbeitet? Ja, gell? Die Remington habe ich mal gebraucht und schrottflinkt Und du kannst alle von mir fernhalten Das ist irgendwie wahr Ich kann übrigens tue das Fenster leifen, aber das war nicht gescheit Ok, das tue das, das geht da nicht mehr so gut Ich tue den so nicht Ich bin voll dankbarkeit Das geht mir wartet zwei leifen Was? Tue das Fenster ne leifen, beziehungsweise dass man nicht stirbt Da stirbt man anscheinend ziemlich schnell, wenn man durchs Fenster Ich habe vorher probiert gegen... Hinter dir, hinter dir volle Wäsche Ich will da mal einmal in Ruhe sein Fenster wieder aufbauen Nicht, dass du es reparierst Du bist ja für die Seite zuständig Also wir haben uns das doch schon ein bisschen eingelegt, dass ich da so automatisch ist Ja Kommt, verdirren Was soll das heißen von mir? Vorne oder hinten? Sie sterben denn nicht bei Kopfschluss? Bande! Gerade wo ich auch hinten bin Weisch, wer hat mich da geschlagen? Das habe ich gar nicht gesehen Nein, jetzt schaffst du nicht Jetzt schaffst du es Naja Ja, wir haben länger überlegt als bei euch Okay, das starten wir gleich Ja, die machen wir gerne weiter, oder? Ja Okay, ich tue wieder die... Das Maschinengewehr am Kopf Mal Space Mal Space Schi, ich weiß, wenn man gern neu starten könnte Kannst du jetzt? Ja, jetzt Ich kann da gar nicht auf bereit gehen Echt? Warum ist das jetzt anders? Weil du ein eigenes Spiel hast und nicht auf weiter Du hast öffentliche Spiel, du weißt? Mh Achso, nicht da Ich spiel mit anderen zusammen, spiel das ist vielleicht nicht zu gut Also anderen muss man nicht kennen So, aber halt neifeln wieder Du bist die Frau Ich muss es eine rationale Erklärung geben Jeder kriegt immer zwei, gell, nicht nur Waffe Jetzt wirst du so ein... Komischer mit einer Halbkleid zum Weißen haben Ja, und eine schwarze, oder? Ja Keine Ahnung, wie war es denn er sieht Was ist denn politisch direkt? Afroamerikaner, glaube ich Okay, also Afroamerikaner Bastard Hab ich nicht gedacht, was du vorher warst Gupfschuss, Gupfschuss, Gupfschuss Gupfschuss Ich hab meine Granoden mit diesen Schuss Ich glaub ich glaub man kriegt... Man kriegt, ich glaub ich, pro Hund, ähm... ...eine Granoden Oder 2. Da unten siehst du die Granaten, manche. Ja. Also kannst du eigentlich jede Runde verändern, zumindest. Ja, die ist jetzt ausgefahren. Problem ist... Geiles Kommentar von dem Typ. Das Problem ist geiles Kommentar von dem Typ. Problem ist, Granaten machen meistens Picheln für Zombies. Die sind dann nur blöder. Wenn man sie nicht sieht. So gut. Ich habe gerade eine extrem gute Position gefunden, um die King zu decken. Jetzt kommt wieder der Spalt. Lass meine Barriere ganz. Oh, die bis dahin kann ich überhaupt nichts mehr. Lass meine Sneakerne ohne Kugeln unterwegs. Du fasst mich an. Nein, du fasst mich nicht an. Lass meine Beine. So, ich halte ihn verdammt für aus. Gut, dass der ohne Kugweiler reint. Ich halte ihn nicht. Ich halte ihn nicht. Ich halte es nicht. Ich halte ihn nicht. Ich halte ihn nicht mit. Das ist aber kein Kugel. Ich halte ihn nicht. Ich halte mich. Einfach gute Munition. Da gehen wir uns ja. Oh, das kann ich nicht fehlen. Doch wir können ganz schnell aussteigen und dreisteigen, aber das ist ziemlich das ganz. Nicht! Das können wir nicht machen. Geht ins der Geist. Es ist schon 15. Na geh. Jetzt haben wir ziemlich chillig gefeiert durch die Bombe. Da hat's nichts gewiss. Ach so, da war eine Bombe auch. Das war nur Instakill, das war doch keine Bombe. Hinter rein, hinter rein, wir können ja vor nicht raus sein. Ach so, ich dachte, sind die noch nicht da? Nein, okay. Oder nicht? Ich dachte. Es dauert schon, glaube ich. Nein, jetzt sind wir da selber. Nein. Nein. Nichts runter schauen. Der war gerade noch in Griechenland, der Zaun wirft. Ich seh nicht. nicht mal einsetzen und den hohen Boss fahren. Nichts nicht mal einsetzen und den hohen Boss fahren. Nichts nicht mehr da raus. Nichts nicht mehr da raus. Sehr gut, der. Na, man muss stehen bleiben, um das zu machen. Nein. Bleib mal da auf. Das ist viel besser aus zu tun. Das stimmt, der nix. Da müssen wir auch nur drei Eingänge durch. Wo? Da? Ja. Eins, zwei und wo ist der dritte? Drüben. Da. Da passt der. Nicht so schlimm. Hier können wir dann weiter auf wollen mit dem İşfen. Der Arm. Warte, ich brauche Muggi Keine Ahnung, brauchen wir Weihnachten zu retten Nein, noch nicht, er muss noch weiter fahren Der Fremdscherführer, jetzt kannst du einstellen I NETZ! Scheiss doch! Du kannst noch vorzunehmen Ja, das ist so Wirst Ohm kann es sein, ne? Scheiss doch Du kannst dann eine Pistole kaufen Ah ja, stimmt Kaufen ist es Scheisse, scheisse Ich habe meinen Dienst verkauft Ich habe jetzt nur zwei Bistolen? Ja Ja, weil hast du auch mit der Waffe das gekauft Immer mit der Waffe du es gekauft Ja, aber ich dachte Die Pistole wird durch Pistole ersetzt und die anderen Waffen werden es Ich habe irgendwie auch gedacht Aber nein, ist nicht so euer Es ist ein besonderer Pistole Das ist gar nicht der richtige Pistole Feuerstoß Ja Scheisse gibt es nicht wirklich aus Pistole Wirst du wie sehen? Gescheite Waffen gegen das Da ist aber Da Da Farm Okay, meinst du sonst kein Gegner wahrscheinlich? Siehst du immer Waffen? Trin vielleicht in der Scheune Ich gerauch Was meinst du? Da war Was? Was ist denn das? Machst du es aber richtig Ich habe kein Geld dafür Ich habe es richtig gemacht Achtung bei so Da gibt es einen Automaten Für bessere Effekte als zum Beispiel schneller Not-Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Nord Boah Amor gibt es schon Scheiss drauf Scheiss drauf Nimm Torn 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 Oh man tição över Keck Wo kommt der her Wasser ? Wird davon verinstimmt. Ich kann mich nicht drinnen weil ich auf die Treppe lege. Ja, geht, 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 geht! Na, fast wäre ich von der irdischen Mühsalbe frei gewesen! Das geht mir jetzt, bleib mal da hinten irgendwo. Da können wir links und rechts treffen. Nimm nimm! Instackel! Das kann so ein bisschen vordringen. Aber nicht so viel. Der Insta killt nicht. Teilweise. Tut's nicht okay, was du willst. Oh, wir schießen da auf. Mal zwei, das ist gut. Ich glaub wir müssen weiterfahren, sagt er. Oh, nicht jetzt, nicht jetzt. Erst wenn ich runter ist. Scheiße, ich bin so. Ich bin so. Der Vorteil, wenn man sich die Pistool-Kraft ist, dass man die auch zum Tod verwecken kann, weil es jetzt bist du in Güter, scheiße. Warum musst du mich nicht beleben? Ich hab... Es war fertig. Du musst schon umlassen. Ja, es war fertig. Nein, wir sind noch vorsichtig jetzt. So, jetzt. Schnell zum Wasch, zum Wasch. Ist er schon weg? Er ist schon weg. Nein, er ist vorgefahren. Ist ich ja wo? Nein, er ist weg. Geh zurück. Der Hupt und schon, wenn er wieder da ist. Der Fahrtgabe durchgehend hin und her. Die Dach nimmt er auf, ist weg da. Eine wieder. Auffällt. Nein, in das Haus. Das ist extremst dumm. Sie sind auch bei der Kaffee, meint. Während die Grund-Auffassung hat. Gut, ich def da hinten die Treppen. Da können wir uns eh schon. Können wir die, die um das so was oben ist? Die Fenster und so. Gibt's mehr rein. Die explodieren ja. Ah nein. Ja, Achtung, hinter mir. Hier bin ich. Das war jetzt extremst dumm, dass ich nicht gesteckt habe. Das fällt mir da raus. Okay, danke. Für diesen Part sind wir zu Ende. Ja, tschüss. Tschau.